Hallo Fußballer Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es bei den Schalke News um Silas Van Magie Tuka und bei ihm müssen wir die Frage stellen, ob er bald Schalker ist, denn laut Les Parisien soll der Wechsel des 22-Jährigen unmittelbar bevorstehen zum FC Schalke 04, die wohl eine Ablösung von 8 Millionen Euro für den Stürmer zahlen wollen. Mehrere Klubs wollten den 22-Jährigen Stürmer ja haben, aber Schalke 04 war eben auch im Lostop mit vielen französischen Klubs und hat sich nun wohl durchgesetzt und dann wird der 22-Jährige wohl bald Schalker sein. Gestern, also am Freitagabend, war er nicht im Kader von seinem Team von Paris FC und deswegen hat man schon vermutet, dass er auf dem Weg zu seinem neuen Klub ist, der eben der FC Schalke 04 sein soll. Letztes Jahr hat Van Magie Tuka 11 Tore in 32 Spielen geschossen, ist natürlich eine gute Quote, man muss aber dazu sagen, es war in der zweiten französischen Liga, aber somit auch deutlich mehr Tore als der beste Schalker Torschütz und das war ja unser Rechtsverteidiger Daniel Caligiuri. Nach dem Abgang von Imbolo gab es ja auf Schalke die Stürmersuche, meiner Meinung nach hätte man keinen wirklich neuen gebraucht, denn man hat ja aktuell Marc Uth, Amit Kutucu und Guido Burgschal und man wird wohl auch nur mit einer Spitze spielen. Aber Van Magie Tuka passt wohl auch von seiner körperlichen Präsenz, von seiner Physis her nochmal deutlich besser zu dem System von David Wagner und deswegen kann das sicherlich durchaus Sinn machen. Und eben sieht es nun da noch aus, dass man neben Kutucu, Burgschal und Uth eben bald auch Van Magie Tuka haben wird, wann er kommen wird, wann es offiziell wird, steht noch nicht fest. Ob es überhaupt geschehen wird, natürlich auch noch nicht, aber laut Le Parisien soll der Wechsel eben kurz bevor schon und deswegen kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben, was deine Meinung dazu ist. Passt Van Magie Tuka zum FC Schalke 04? Sollte man für ihn 8 Millionen Euro bezahlen? Und das kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.